Da sind wir wieder. Nehmen wir den Block Controller nun etwas genauer unter die Lupe und sehen uns die restlichen Blocktypen an. In der Block Controller Benutzeroberfläche schauen wir uns nun einen anderen Blocktyp genauer an. Unter Flow Control finden wir Blocks, die aufgrund bestimmter Parameter bestimmte Aktionen ausführen. Wie in einem Flussdiagramm geht es an einer Verzweigung je nach Entscheidung auf einem der Pfade weiter. Nehmen wir einmal diesen If-Do-Block. Damit ist eine ganze Menge möglich. An diesem Slot hier oben erkennen wir, dass es sich um einen Befehl handelt. An diesem Slot kann ein Wert oder Parameter angedockt werden und mit diesem offenen Mund können wir die Aktion definieren. Außerdem hat er dieses Zahnrad-Icon. Dazu kommen wir gleich. Jetzt integrieren wir diesen Block erst einmal in unser Programm. Im vorigen Video haben wir einen Schalter erstellt, dessen Label oder Legend beim Drücken auf ON wechselte. Um nun das Label bei nochmaligem Drücken auf OFF zu schalten, müssen wir das Programm verändern. Wenn der Schalter an ist, soll das Label ON lauten. Wenn der Schalter aus ist, soll das Label OFF lauten. Das ist die Flusssteuerung. Wir trennen also den Block SET CONTROL vom Block CONTROL CHANGE und fügen diesen stattdessen in den IF-Block ein. Jetzt können wir den IF-Block in den Block CONTROL CHANGE ziehen. Hierdurch wird bei einem Druck auf den Schalter das Label nur dann verändert, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. Ihr wisst sicher schon, was wir noch ergänzen müssen. Die Bedingung. Wir müssen noch einen Block einfügen, der auswertet, ob der Schalter gedrückt ist. Hierzu schauen wir mal unter Operators. Hier finden wir Elemente, die bestimmte Funktionen ausführen. In unserem Falle sind das einfache mathematische Berechnungen oder logische Funktionen, wie zum Beispiel der Vergleich zwischen zwei Dingen. Genau das tut dieser Block hier. Da steht LEER ist gleich LEER. So etwas brauchen wir jetzt. Also fügen wir das unserem IF-Block hinzu. Das ist jetzt ein neuer Blocktyp. Statt seitlichen Slots hat dieser Block Löcher. Blocks, die in diese Art Leerraum passen, haben wir schon kennengelernt. Mit einem Tab an der Seite. Das sind Werte oder Parameter. Nun ziehen wir aus den AMAZING-Blöcken diesen Parameter in unser Programm. AMAZING-BOOLEAN. Ein Bullshare-Operator vergleicht immer genau zwei Werte. Wie bei unserem Schalter, wo es nur AN oder AUS gibt. Für den zweiten Leerraum gehen wir in den Bereich VALUES, also Werte, und ziehen diesen Block TRUE-FALSE, also WAR-FALSCH in unser Programm. Der passt in das zweite Loch unseres Blocks. Unser bisheriges Programm lautet jetzt, wenn sich der Status unseres Schalters ändert, und zwar auf den Wert WAR, dann ändere das Label auf ON. Es fehlt also nur noch die Definition der Aktion, wenn der Status sich zu falsch ändert. Aber wo sollen wir das definieren? Unser Block hat gar keine weiteren Slots. Hier kommt das Zahnrad ins Spiel, das wir vorhin kurz erwähnt haben. Einige Blocks, so wie dieser hier, können konfiguriert werden. In diesem kleinen Fenster wird eine Art Mini-Version der Block-Controller-Benutzeroberfläche angezeigt. Auf der rechten Seite ist unser Block, auf der linken Seite die Library mit möglichen Ergänzungen, die wir dem Block hinzufügen können, wie in der normalen Oberfläche. Wenn wir nun eine der Optionen, z.B. dieses Element ELSE, also SONST, hinzufügen, sehen wir, dass der Block sich auch in der Hauptansicht verändert. Wir haben nun einen neuen Bereich, in dem wir einen weiteren Befehl hinzufügen können. Mit einem weiteren Klick auf das Zahnrad schließen wir das Konfigurationsfenster. Jetzt brauchen wir einen weiteren Block SET LEGEND. Diesen können wir einfach von oben kopieren. Die meisten Windows Tastatur-Kurzbefehle funktionieren auch in dieser Oberfläche. Zum Kopieren drücke ich also STRG-C und füge die ELSE-Bedingung mit STRG-V ein. Jetzt muss ich nur noch den Text von ON auf OFF ändern. Lesen wir unser Programm noch einmal. Wenn sich der Status des Schalters ändert und zwar auf den Wert WAR, dann ändere das Label zu ON. Ansonsten ändere das Label zu OFF. Sieht gut aus. Am Ende gibt es nur noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Zunächst müssen wir alles mit dieser gelben SAVE CHANGES-Schaltfläche speichern, um den Programmcode zu aktivieren. Auf diese Art kannst du ein Programm live bearbeiten, ohne den laufenden Betrieb zu beeinflussen. Der alte Code bleibt aktiv, bis du deine Änderungen gespeichert hast. Nach dem Speichern können wir zum Designerschema wechseln und testen, ob alles funktioniert. Wenn ich den Schalter ausschalte, ändert sich das Label zu OFF. Wenn ich den Schalter einschalte, ändert es sich zu ON. Hervorragend. Okay, du hast recht. Wir haben jetzt zehn Minuten gebraucht, nur um eine Schalter-Beschriftung zu manipulieren. Das ist nicht gerade beeindruckend. Noch nicht. Mit dieser Anleitung wollten wir nur demonstrieren, wie die Blocks grundsätzlich funktionieren. Tatsächlich kannst du mit dem Block-Controller aber viel komplexere Dinge realisieren. Du kannst zum Beispiel Befehle ineinander verschachteln. Die Blocks wirken recht starr, sind aber unglaublich wandlungsfähig und lassen sich ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen. Wenn ich zum Beispiel die Farbe dieses Schalters anpassen will, kann ich einfach einen Set-Color-Befehl ergänzen und der Block erweitert sich. Auf diese Art kannst du so viele Befehle ergänzen, wie du willst. Wenn der Schalter gedrückt wird, ändere die Beschriftung und die Farbe. Setze einen anderen Schalter zurück, aktiviere einen Timer, schalte eine Lichtquelle ein, ändere die sichtbare Ebene auf dem Steuerungs-Touchscreen, aktiviere die Pyrotechnik und so weiter. Alles auf einmal. Plötzlich haben wir einen Schalter, der viel mehr kann, als nur eine Beschriftung zu verändern. Und genau darum geht es. Da wollen wir hin. Für unser einfaches Beispiel belasse ich es jetzt aber dabei, Befehle hinzuzufügen, die den Schalter grün färben, wenn er an ist und rot, wenn er aus ist. Nach dem Speichern habe ich im Schema einen Schalter, der seine Farbe und seine Beschriftung ändert, wenn man ihn drückt. Eine weitere wichtige Funktion im Block-Controller öffnet sich per Rechtsklick auf einen Block. In diesem Kontextmenü kannst du zum Beispiel über Show Comments ein Kommentarfeld für diesen Block aufrufen. Hier kannst du eingeben, was auch immer du willst. Das beeinflusst die Funktion des Blocks nicht, ermöglicht dir aber dem Block einen Titel zu geben oder eine Funktionsbeschreibung zu hinterlegen. Mit der Option Collapse Block kannst du den Block auf nur eine sichtbare Zeile zusammenklappen. Auch das beeinflusst den Code nicht, kann aber bei komplexen Programmen sehr nützlich sein, um sich auf einen bestimmten Bereich zu fokussieren. Das gezackte Ende symbolisiert einen eingeklappten Block, den du jederzeit wieder ausklappen und weiter bearbeiten kannst. Okay, das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, dass der Block-Controller es ermöglicht, Programme zu erstellen, ohne – wie ich – echte Programmierkenntnisse zu haben. Diese Blocks schreiben nämlich im Hintergrund den Programmcode für dich. Und den kann ich mir unter dem Lua-Tab ansehen. Das ist das Lua-Skript, das wir bisher erstellt haben. Das hier oben sind nur allgemeine Definitionen. Unseren Block sehen wir hier unten. Nachdem du jetzt weißt, wie die Sprache strukturiert ist, kannst du das vielleicht sogar lesen. Mit Programmierkenntnissen hättest du das hier vermutlich eher direkt geschrieben, ohne den Block-Controller zu verwenden. Wenn du aber irgendwas falsch geschrieben, einen Großbuchstaben vergessen oder dich bei der Formatierung vertan hättest, würde dein Skript nicht funktionieren. Der Block-Controller nimmt dir all diese Arbeit ab und lässt dich dein Programm mit Hilfe von Puzzleteilen erstellen und schreibt den Code im Hintergrund – ganz ohne Syntaxfehler. Es kann hilfreich sein, das fertige Skript im Lua-Tab zu lesen, wenn du Programmieren in Lua lernen möchtest. Du kannst den Code sogar weiter bearbeiten. Dafür klickst du auf das Icon hier oben und wählst Convert to Script. Zunächst bekommst du dann allerdings – mit gutem Grund – einen Warnhinweis angezeigt. Du kannst Blocks in Lua-Skript umwandeln und das Skript direkt bearbeiten, aber du kannst editierten Code nicht zurück in Blocks umwandeln. Ein Klick auf OK öffnet dann den Texteditor für Programmcode. Zwar gibt es die Option Revert to Blocks, hiermit wird aber der letzte Stand deiner Block-Programmierung wiederhergestellt und du verlierst deine Änderungen im Lua-Skript. Das ist also der Block-Controller. Bisher haben wir nur einen kleinen Teil dessen gesehen, was der Block-Controller ist und was die Blocks in den unterschiedlichen Kategorien tun. Wir wollten dir einen Einblick geben, wie die Blocks ineinander greifen und inwieweit diese anpassbar sind und hoffen, du bist jetzt etwas mit der Navigation und den Optionen der Benutzeroberfläche vertraut. In weiteren Videos werden wir mehr ins Detail gehen, uns mit den Grundkonzepten der Programmiersprache beschäftigen und uns ansehen, wie diese umgesetzt werden – in Lua und mit Hilfe des Block-Controllers. Bis dahin, danke fürs Zuschauen! Bis dahin, danke fürs Zuschauen!